Okay, wer kommt jetzt? Hydropi! Yeah, immer mehr neue Pokémon zum Freund machen. Das ist... Das ist die Weiterentwicklung, glaube ich. Okay, auf zu diesen Krebs... Krabbi, so hießen es halt. Krebsgang, Krebsgang. Auch noch anruft. Lass uns diesen... Ja, lass uns fangen spielen. Mal gucken, ist ja auch so eine Herausforderung. Ja, er ist schneller. Es war auch nichts gegen unseren neuen, maximalen Hyperspeed Nitro Boost, Power, Hyper, Omega, Super, Boots, cooles Teil. Ich konnte ihn mal aussprechen und hab ihn schon gefangen. Yeah, auf jeden Fall sind wir schnell. Ich glaube, das hat man uns mal in Wörtern gedacht. Ich werde etwas gegen mich zu bestimmen. Du kannst mein Freund sein. Alle Krabbi werden Freunde sein. Krabbi, wir haben ein Krabbi... Ja. Von uns. Yeah, jetzt bin ich auch ein Krabbi. Ab jetzt sprich mich nicht mehr mit Pikachu an. Ich bin ein Krabbi. Nee, ich bin nicht Krabbi. Ich bin der Ghost Rider. Ghost Rider. Äh... Ah, hab ich noch. Okay. Lass uns kämpfen, dürft ihr nicht allzu schwer sein. Müsst du bereit? Los geht's. Das hat sicherlich weh, bitte. Weh auf. Hast du Homo gerade... Dann nehmt. Oh mein Gott, der ist so... In die Face. Da hinten ist das Hydropi. Ich will's haben. Siegestanz. Mit Spaß gemacht. Lass uns Freunde sein. Azule gesprochen hat. Wir müssen bald wieder spielen. Versprichst du es mir? Ich werde mich auch im Kampf. Jetzt dein Freund. Wingo, 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 Wingo. Wen, fliegst weg. Runter! Alter, komm her. Ich verfolge dich, wenn es sein muss. Runter! Bewegt deinen Arsch hierhin! Nee, ich will dich nicht umkicken. Äh, Meeresfliegelschwung möchte ich. Äh, mitgenommen. Du hast mich zu fangen spielen. Ja, möchte ich. Selbst du mich fangen kannst. Sicherlich. Ey, der hat cheatet! Hm. Los geht's! Du bist sehr gut, sehr gut. Komm runter, komm runter. Und jetzt. Ich bin gut. Perfektes Teil. Oh, Siegestans. Siegestans. Oh, Wingo freut sich auch. Du hast gewonnen. Lass uns vorhin sein. Zweite Chance geben. Werde ich trainieren. Bla, bla. Wingo und Puck. Ich bin jetzt eine Folge. Yeah. Okay. Wo war Hydropi? Da! Komm her, Hydropi. Hydropi! Dann spars es aus. Liebe Wirtwärme. Bla, bla, bla. Ja, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ja, halt! Bla, bla. Versteck. Ja, ist mit einer runterversteck. Ja! Juhu, dann suche ich einer ein gutes Versteck. Ach, der gibt mir auch keinen Tipp. Okay, da ist ein Hydropi. Jetzt gucke ich wohl erstmal. Irgendwo da. Also. Ey, kommt schon. Das ist doch keine Herausforderung. Du hast mich gefunden. Wie zu offensichtlich. Nein, überhaupt nicht. Ich muss mich nur umdrehen und schon hab ich dich gesehen. So, also, ähm. Laufen wir ein bisschen rum. Gucken wir. Haben wir schon, haben wir schon. Der rosa Luft... Anton! Haben wir den schon? Nein. Äh, Puckpack. Was hältst du eine Runde Verstecken? Um andere auf Gedanken zu kommen. Lass uns spielen. Wir lässt mich nur noch Verstecken. Gerne doch. Schön. Los geht's. Mal gucken, ob das auch so fordernd wird. Ohohohohohoho! Das tut doch schon weh! Das ist doch... Hyper! Äh, ja, Entoron kommt jetzt auf. Das war so anstrengend. Entoron ist zum Surfen gekommen. Ich hätte Bock auf eine Runde. Surfing. Das war wirklich eben so fordernd. Äh, ja, wie sieht nochmal das andere Teil aus? Die Entwicklung. Ja, haben wir schon. Äh, wie wär's mit einem Ratespiel? Nein. Was? Ja, da. Und als Strafung? Scheiße. Ähm. Aquana, gucken wir mal. Hola, hoppla. Jetzt aber viele Freunde. Lospielen mit mir. Wie wär's mit einer Runde fahren? Gerne doch. Solange du nicht dieses Glaciola-Fiech bist. Denn das ist nur für meine Freundin. Und... Ey, irgendwie das Spiel ist so easy. Mal ganz ernsthaft. Bam. Mh. Okay. Ey, da vorne war ein Tauboker. Ich hab's gesehen. Wow, das hat uns... Ja, du wirst gewinnen. Am Arsch wirst du. Okay. Äh, ich hab da hinten etwas gesehen. Meine Augen haben etwas erblickt. Als ich da hinten lang gelaufen hab. Wo steckst du? Was ist das Viech? Wo ist jetzt lang geflogen? Ich hab da hinten einen Tauboker gesehen. Ist das Tauboker? Das ist Schwabini. Schwabini haben wir schon. Aber ich hab da hinten doch einen Tauboker gesehen. Das ist ein Belize. Da ist das Tauboker. Wie zur Hölle kommt das da hin? Ich hol' dich. Alter. So. Tauboker! Ich kriege dich! Da! Nein, du fliegst nicht weg. Oh! Fuck my bitch up! Jetzt komm runter! Da hast ich dir den Hintern vers... Äh... Neh, ich spiele geben, indem du fliegst. Möchtest du kämpfen? Ach, kämpfen? Nicht? Okay. Äh, lass uns beginnen. Okay. Ah ja. Ey, ich wollte eigentlich... Boah! Das Teil ist stark. Falsche Richtung. So, und jetzt kommt mein Gegenruf. Man kann sich treffen lassen. Wenn dein Move mehr abzieht. Merk es dir! Okay. Oh, das ist gut. Das ist ein Freund. Tja, wo ist jetzt dein Freund? Komm schon, Taubos oder Taupsi oder whatever. Schade. Kurazon ist unser Freund. Aber auch wenn das Spiel so kacken einfach ist, es macht Spaß. Und wie es Spaß macht. Okay, dann wollen wir mal weiter. Weitere Freunde. Kiste! Ehren. So, wollen wir weitere Freunde suchen? Ach, was ist denn hier? Ist man hier Dosen? Ach, oder Flasche? Oh! Oh! Putzig! Oh, falsch. Tja, sollte ich hier irgendwo Flaschen finden? Da ist eine Flasche. Ich hab sie gefunden. Da hinten. Da hinten. Dich will ich auch haben. Zip, zip, zip. Und was haben wir? Ein... Oh, wie cool. Hängematte. Und wer kommt? Wer... Ja? Wer? Wer? Krebs kommt. Er ist eingetroffen. Okay. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Du bist doch irgendwo hier eingetroffen, oder nicht? Wo ist denn der? Hallo, Sönke. Da. Hallo, Sönke. Na, wie geht's? Der will kämpfen. Äh... Geh doch. Ahoy. Oh, Flaschen. Sehr erfordernd. Ja, doch. Ja. Mhm. Das sag ich jetzt auch nicht sarkastisch. Ja, ich war... Alle krebskostes Pokémon sind nur deine Freunde. Cool. Das heißt, auch der Türsteher. Okay, Flasche. Erstmal. Ich muss sagen, die Synchronen Teile sind echt für den Arsch. Krebskoer, Bisaflor, alles. Die Synchronsprecher konnten gar nichts. Zack. Und, was erhalten wir? Was ist das denn? Zelt. Und, wer kommt? Keiner. Am Arsch. Ah, ich wollte schon sagen. Wow. Da hinten. Das habe ich gesehen. Das ist ja wohl eine Festung. Und die Festung, die kommt als Freund. Ey, und was ist das jetzt? Blumentöpfeflüster. Wir haben das komplette Set. Vielen Dank für den Beitrag zum Umweltschutz. Yeah. Wir sind selbstbewusst. Wo ist das? Was war laut gewesen? Da. Denke ich, ich habe die nicht gesehen. Ja, wie kann man das auch übersehen? Jetzt mal ganz ernsthaft. Mann, bist du fett. Dankes, Dankrein, Christoph. Ich möchte jemanden mit reinherzlichen Freund. Oh. Achso. Also rein hypothetisch haben wir ihn getroffen. Rein hypothetisch. Ähm. Ist unser Freund. Also, äh, ich glaube ich... Also ich bin mir sicher, irgendjemanden habe ich übersehen. Ist unser Freund. Ist unser Freund. Ist unser Freund. Äh, sind unsere Freunde... Gab's nicht die Weiterentwicklung von diesem Bamelin-Teil irgendwo? Ist unser Freund. Er ist unser Freund. Äh... Ich glaube, ich gehe mit den Rücken nochmal. Ah, Anton auch noch. Oh, warte, 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 warte. Und das Teil ist weg. Aber ich glaube, es war eh schon unser Freund. Was zur... Nein. 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 Dann eben nächstes Mal. Ich will zu dem da. Ah, und zu dem da auch. Oh, da hinten ist noch ein Enteron. Äh... Äh... Während des Rends übrigens können wir Flaggen auflassen. Blablabla. Lass uns kämpfen. Oh, yeah. Lass uns kämpfen. Wunderbar. Ich sehe schon jetzt, dass mich das unglaublich fordern wird. Wow. Ich muss sagen, es ist schnell. Aber wir sind schneller. Oh, yeah. In die face, bitch. Hervorragend. Und anmutig zum... Blablabla. Hätte ich zum Freund. Anmutig. Äh... Okay. Wenn du das sagst. Wo war das Bambi? Das ist nämlich im Pegator. Ähm... Was zur... Hä? Alter. Wow. What... Hä? What the fu... WTF heißt? WTF? WTF? Wat다 todo. Das war der Umweltschutz. Umweltschutz am Arsch. Äh... Überhaupt schon, wie schwul sind diese Brücken überhaupt aus? Also noch kitschiger und es wäre ganz pick. Sag mal, wo ist denn das Teil? Ich glaube, es ist da oben, ja. Jetzt mal ganz ernsthaft, wie ist es so schnell hier hingekommen? Äh, wir scheinen... Wie wär's mit einem Kampf? Jo. Gut, los geht's.